Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 und heute geht es zwar wieder um Season 3 und eventuell auch das Season-Thema von Season 3. Das wurde nicht eventuell herausgefunden von ein paar findigen Leuten auf Reddit und damit drüber nachdenkt, was ich euch gleich zeigen werde. Dann frage ich mich, wieso wir da nicht schon so früher drauf gekommen sind. Die harten Fakten, da warten wir noch drauf. Campfire Chat wurde noch nicht angekündigt. Wir hatten gestern einen Hotfix, wo ein Fehler aus der Midwinterpest behoben wurde. Aber ansonsten wissen wir noch gar nichts. Blizzard hat sich noch nicht gemeldet. Da gab es auch keine neuen Informationen. Deswegen denke ich mal, dass ein Campfire Chat wahrscheinlich dann doch erst nächste Woche stattfinden wird. Aber kommen wir mal zu diesem vermeintlichen Leak. Und da ganz wichtig, schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, ob ihr auch denkt, dass das Ganze sein könnte. Wir haben bisher für Season 3 und ich sage es auch wieder, ich wette mit euch, das war der übelste Schachzug von Blizzard. Weil es gibt eigentlich keinen Grund, wieso Blizzard so früh etwas zu Season 3 gesagt hat. Klar, es gab die BlizzCon, aber es gab den DLC, es gab die Midwinterpest, es gab das Schlachthaus. Eigentlich gab es nicht unbedingt einen Grund, uns etwas zu Season 3 zu präsentieren. Und doch hat Blizzard das gemacht. Und wenn wir uns mal das angucken, was wir haben, dann sehen wir einmal Season Off und dann in einer orangenen Schrift eine Schrift, die wir nicht lesen können. Und wenn wir uns jetzt mal nur diese Schrift angucken und da mal versuchen zu erkennen, was es ist. Der eine oder andere wird es vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Aber wenn einer von euch Diablo 2 gespielt hat, sollten Runenwörter für euch ein Begriff sein. In Diablo 2 gab es Runenwörter. Ihr könnt euch vorstellen, wie bosthafte Herzen. Das waren Runen, die ihr in eure Rüstung sockeln konnten. Und verschiedene Runen haben miteinander ein sogenanntes Runenwort erstellt, erschaffen. Und dieses Runenwort hat verschiedene Bonis und Fähigkeiten und Attribute und Affixe euch gegeben. Da gab es bessere Runenwörter, schlechtere Runenwörter, sehr seltene Runenwörter und so weiter. Und wenn wir die Runen, diese Zeichen vergleichen von Diablo 2 mit dem Schriftzug von Season 3, dann fällt einem schon auf, dass da extreme, extreme Ähnlichkeiten sind. Ich habe schon versucht, da ein wenig rumzudoktern, ob es nicht vielleicht sogar komplett gleiche gibt. Aber da konnte ich leider nichts zu finden. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja ein besseres Auge als ich. Ich habe auch gedreht und gewendet und ein bisschen auch größer und kleiner gemacht. Aber eine perfekte 1 zu 1 Überstimmung hatte ich nicht. Aber es war schon auffällig, wie ähnlich das Ganze aussieht. Durch Dataminer wissen wir ja schon, wie die Season heißen wird. Für diejenigen, die es nicht wissen wollen, ich glaube, ihr hättet es sonst auch nicht auf dieses Video gedrückt, deswegen sag ich es einfach. Laut Datamining soll das Dreamscapes heißen, also Traumlandschaften. Ob das Ganze stimmt, wissen wir natürlich nicht. Das kann natürlich auch jederzeit geändert werden. Nur weil es ein Dataminer rausgefunden hat oder ein vermeintlicher League ist, muss das nicht unbedingt stimmen. Obwohl Leaks und vor allem Datamines oft richtig waren. Deswegen würde ich da schon sagen, dass das miteinander zusammenhängt. Und wenn wir wirklich Runenwörter bekommen, wäre das natürlich mega, mega krass. Runenwörter würde ich extrem cool finden. Für jede Charakterklasse einzelne Runenwörter mit Runen, die man sich erarbeiten muss. Die vielleicht bei Endbossen fallen oder in einem neuen Endgame-Content, den wir jetzt noch gar nicht wissen. Und wenn es da verschiedene Runenwörter, die es einmal in der Rüstung gibt, einmal in den Waffen gibt, einmal im Schwimmung gibt. Wenn es da wirklich sehr viel Variety für jeden Charakter gibt. Sodass es wieder richtig, richtig viele Builds gibt. Und vielleicht auch Fertigkeiten, die aktuell nicht so ein Thema sind, dann auf einmal gespielt werden. Also das würde ich mir sehr, sehr cool vorstellen. Es war ja von Anfang an klar, schon vor Season 1, dass Runenwörter irgendwann reinkommen werden. Aber dass es wirklich jetzt schon zu Season 3 eventuell kommen könnte, wäre sehr, sehr cool. Ja, schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Glaubt ihr, das könnte stimmen? Und wenn ja, wie würdet ihr das Ganze finden? Ich weiß, dass ganz viele Oldschool-Diablo-2-Hase unter euch das Ganze sehr feiern würden. Die Runenwörter sehr vermissen. Ich würde es auch sehr cool finden, weil das fand ich zum Beispiel ein Gimmick bei Diablo 2, was ich sehr cool fand. Und lang ist es nicht mehr. Drei Wochen ungefähr, ein bisschen weniger als drei Wochen. Dann werden wir definitiv in Season 3 sein. Und ich denke mal, nächste Woche werden wir dann auch erste Hard Facts zu Season 3 bekommen mit einem Campfire. Wenn ihr das nicht aufpassen wollt und alle Informationen haben wollt, gerne einen Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Viele von euch haben auch keinen Follow da gelassen, aber guckt mal in die Videos. Leute, haut mal auf den Follow-Button, würde mich sehr freuen. Lasst mal ein Like auf dem Video da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.